yo was geht ab willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar hat es gefühlte 40 grad draußen aber ich drehe heute ein kurzes video für euch denn kamen nicht hatten so produziert und das ganze soll diesen freitag anscheinend erscheinen also 5 juli wer weiß das kann ich euch nicht genau sagen er hat auf seine instagram seite oder so nichts ja angeteasert zeige ich jetzt mal der song wurde auf jeden fall geliebt und ich würde euch auf jeden fall eine kurze hörprobe gönnen wenn der song dann rauskommen sollte am freitag oder wann auch immer dann streamt das ganze natürlich auf spotify um die leute zu unterstützen und ja meiner meinung nach ist so ein bisschen ja wie soll ich es beschreiben ein bisschen die portrack ein bisschen gechillt ich werde ich werde euch auf jeden fall ein kleines bisschen ja einfach mal reinhören lassen aber ich muss noch laut machen so jetzt ich kann euch nicht länger als zehn sekunden einblenden das ist das ganze immer aus urheberrechtlichen gründen gesperrt zumindest bei loredana bei ihm kann ich euch gar nicht sagen eventuell blende ich euch noch was vom anfang ein ja wie ihr gehört habt das ding heißt hier ihnen er hat es ja gerade gesagt und ich gucke mal kurz ja genau ich blende euch einfach mal noch den anfang ein und ja wie gesagt könnt euch auf jeden fall den track freut euch dann auf freitag oder wann der track auch immer erscheinen wird loredanas track wurde auch geleakt das ganze habe ich euch schon vorgestellt wie gesagt der kommt auf jeden fall am freitag der ist geil in diesem sinne freunde das war es auch schon mit dem video ich hoffe ich habe das ganze gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten mal